Okay, so, hier gibt's ja jetzt noch zwei Wege, hier kann ich jetzt da hin und runter. Wenn ich jetzt hier runtergehe, komme ich dann direkt zum Kriegsschiff? Ah, so gut wie, wa? Da komme ich nochmal runter. Äh... Gut, wir müssen ja eh zum Kriegsschiff, da mache ich jetzt das Kriegsschiff halt zuerst, ist ja auch egal. Okay, da komme ich nicht rein, okay. Dann komme ich hier tatsächlich nicht weiter, aber alles klar. Gut, dann gehen wir da wieder zurück. Äh... Wait a second. Ich glaube da... Aber ich muss mal ganz kurz... Zack. Äh, oh... Ja, Mr. Block ist okay. Nee, nee, nee. Hab verstanden, dass du da bist. Und du bist mir egal. Ich auch ehrlich. Wenn ich gegen irgendwas hier nicht kämpfen möchte, dann gegen dich. Na, lass mich runter. Frage ist halt, komme ich denn da wirklich durch oder nicht? Mal sehen, mal sehen wir. Ach, verdammt. Lauf geradeaus, Velvet. Da geht's wohl eher nicht so heim. Ja, fühle ich mich. Hm. Ich bin vorne. 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 Ehrlich? Ist ne Fledermaus drauf? Erdringen. Ich habe gerade keine Ahnung, oder welcher der Neue ist. Gut, er gibt ihm mehr Rüstung, dann ist das okay. Hier ist die Klinik. Du hast die Klinik, dann holst du die Klinik. Wir haben viele Zimmern. Ich habe die Klinik. Ich habe die Klinik. Ich habe meine Klinik. Ich habe die Klinik. Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist ein kleineses, was ich für ein Mann zu sagen. Ich liebe es? Ich liebe es, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich habe mich, nachdem ich die Bücher gesehen habe, habe ich mich immer noch nicht überrascht. Es ist irgendwie... Was ist das? Es ist ein Wunsch. Ja, warum ist die Wunsch? Wer hat die Schrauben? Wenn ich das mache, dann kann man das andere Sachen, kann man sich in die Nähe von vielen Sachen beobachten. Es ist ein Wunsch. Wenn man so sagt, dann kann man das so sagen. Ich kann es nicht sagen, ob ich es lieb, 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 ob ich es lieb. Ich bin... ich bin... ich bin... ich bin... Das ist meine Meinung. Es ist nicht nur ein Geist, ob ich es lieb. Ich weiß es. Ich bin... 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 Ich habe auch schon gehört. Alles klar... Das ist... Er... Das ist... Ich kann es nicht sagen. Ich bin... Ich bin... Oh, oh. Ich habe mir gesagt, was ich? Okay. Okay, dann bin ich auf dem Tanken. Was? Was? Das ist ein Bruder. Ich mache nichts damit. Ich mache nichts damit. Wenn du hier rauskommst und zurückkommst, dann gehst du auf den Tanken. Du kannst es auf den Tanken. Du kannst es auf den Tanken. Hm. 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 Ja. So, dass ich das Kaban verbrechen habe, ist das Kaban der Kaban. Bitte schick auf dich. Das ist ein wichtiges Ding, oder? Hm. Hi. Tür ist nun geöffnet. Ach, Schietze, die Viecher waren ja auch noch da. Hm, nein. Geht mir nicht auf den Sack. Oh, 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 oh. Bisschen Risky, aber ich habe es. Ach, das ist Risky. Ich habe gerade keinen Bock, um zu kämpfen. Weil es so unnötig ist. Bin ich nachher irgendwie auf halber Game-Länge nur wieder komplett Overlevel. Gegen Geister müsste ich. Ich bin jetzt schon eigentlich Overlevel. Welch. Halt. Geister. der sich mit dem weg stellt noch ein bären stein am rafio noch mehr mit zum aufwerten das stimmt ich werde ja noch mal gucken dass ich noch einen schuldigung irgendwie relativ schlecht geschlafen letzte nacht gucken dass ich noch an einen geist bekämpfe ich habe irgendwie so die befürchten dass hier einer rumschwirrt ja da ist okay die sind echt nicht stark aber die masse macht es da glaube ich einfach ein neuer titel hexa bärenstein montur auch rüstungs meisterfertigkeit 30 maximal ap und noch ein bärenstein talisman bekommen nein nicht arzt ausrüstung wirkt zeit von nicht elementaren arz wahrscheinlich gegen um tote ist okay ne ich bleib bei meinem doch fokus so jetzt komme ich auf jeden fall durch diese tür durch aber es müssen wir ja 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 sicher stehen dass wir nicht vom feind verfolgt werden okay alles klar kann ich den vielleicht von oben irgendwie kaputt machen also nicht hier jetzt reingehe und da weiter gucke ja 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 müsste der fliedermaus lassen wenn man ruhe oh warte mal alles klar wenn man das doch nur schon vorher gesehen hätte hätten wir erst das schiff machen können ja ist egal wenn wir jetzt haare sind aber auch unendlich lang oh shit jeder stein ist weg woop 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 und das ist oh man Ich würde sagen, er war da eben irgendwo ein Geist, da ist er. Ich finde es gut, dass die Viecher nicht allzu lange laufen. Wie geht es mit der Vendorflasche? Die Vendorflasche ist ein sehr starker Teilchen. Sie wird erzurechnen. Ich bin ein Fendor! Das war's für mich. Das war's für heute. Oh, ich habe dieses Schreibe. Oh, ich habe das Schreibe. Ich habe das Schreibe. Das war's für heute. Geh mal was. Kann er auch ein Freund nehmen? Ich habe nur noch 2-3 kleine Waffe gelernt, und er hat mit dem anderen Waffe geschlagen. der aus was du bist zu zweizufällig fertig kann okay Okay. Hm. Langen die Füße gerade beim Kopf? Langen die Füße gerade beim Kopf? Jetzt habe ich die Füße vorbereitet. Ich werde die Füße vorbereiten! Gut, hier kann ich jetzt nicht raus. Genau, stellt euch mal an die Wand. Lasst euch mal Zeit und mich in Ruhe. Ähm, ähm. Neeein! Stehenbleiben! Oh Gott, danke. Ja, ja, ich höre mir gleich noch an, dass sie zum Rangetsu-State zusammenkamen. Ich möchte aber ganz kurz mal gucken, wenn ich jetzt hier rausgehe. Ob dann das Schiff... Hm, okay, es ist nur gekentert. Hm?